Ihr habt nämlich jetzt acht Wochen lang die Chance, einen Trip nach Barcelona zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist beim Passaja Passion Award mitzumachen. Das bedeutet, acht Wochen lang habt ihr die Chance, euch fotografieren zu lassen von unseren netten, charmanten Jungs von Usgang.ch. Ihr zeigt euch alle Leidenschaften, die euch die Mona Moussa-Natursohn mitgegeben hat. Genauso, wie ich es zum Beispiel gerade gemacht habe mit dem Typen, der mir unter den Rock fotografiert. Das Trip nach Barcelona gibt's zu gewinnen. Geile Sache.